ich denke wir beobachten das ganze mal ein bisschen mit der drohne das ganze schauspiel hier wenn die die rebellen besiegt haben warum hat er denn keine markierung dann sind die rebellen besiegt haben dann ist eigentlich aus müsste ich will ich könnte den jetzt sprengen hier mit der drohne seine sprengdrohne habe ich seitdem ich aufgenommen habe noch kein einziges mal genutzt so die haben die rebellen besiegt da kommen die nächsten baro rennt raus das ist gut also ich will den nicht sprengen weil dann fliegt auch der heli mit in die luft und den will ich behalten es geht los sieht nach unidatsstreife aus infanterie plus funkwagen zu unterstützen hier aus wie sieht es denn hier aus mit funk 13 da haben wir am wenigsten schon kaum schneller die sind gleich außer reichweite hallo du ich sehe dich habt ihr es jetzt habt ihr kapiert dass keiner da ist ich muss aufpassen dass der bar ohne nicht gekült wird komm scheiß drauf granate fliegt jetzt ist mal wieder fuba oh hi scheiße den habe ich jetzt nicht gesehen habe mich so sehr auf das ausfahrrad konzentriert hier noch ein heli ja noch einer oh fuck so einer ist nicht ganz so gut das war es mit meinem Hubschrauber wo ist auch der Apache? der Apache macht gar nichts ich wollte im Nahkampf ausschalten aber er war noch zu weit weg auf der Minimap sah es näher aus das war ein so genannte berühmter Satz mit X das war ein so genannte berühmter Satz mit X ich hätte die Rebellen nicht rufen sollen jetzt sollen erst mal abwarten hier ist natürlich nicht mehr Nacht wahrscheinlich das heißt es wird dann doch es ist noch dunkel dunkel reicht mir dunkel reicht mir vollkommen Achtung Feindpräsenz ja ja er ist überhaupt nicht allein er hat seinen Kameraden dabei ich weiß noch nicht wo irgendwo ist der ist nur die Frage wo die sind zu zweit ich weiß das die zu zweit sind Halt, die werden dich sehen wir haben ein Luftabwehrsystem ach da ist er so aber ist hier eine schöne Position so und weg hier und boom baby genau macht hier einen Sturmangriff bitte überfahren mich nicht bitte überfahren mich nicht bitte überfahren mich nicht ich wurde schon so oft überfahren Trinzia ist natürlich hell wie Sau ja die Rebellen mischen sich ein jetzt haben wir noch eine neue Aufklärungsrunde machen weg von den Gleisen er läuft jetzt nicht in den Zug rein oder so ein voll Idiot ich hab dich halt einfach durch ja 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 easy easy ist einfach in den Zug gelaufen wo ist der Generator ich glaub der steht außen ich meine der steht irgendwo da außen oder auch unigens die haben ja keinen Generator das ist schade Flutlichter aber kein Strom ok 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 jo genau ok bin unterwegs sie markiert auf den zeichen was getroffen alter wo kam der denn her ich habe doch aufgeklärt komplett dachte ich zumindest nicht um wieder bitte nicht um wieder ich will da nur den typen dafür hören ja genau geht da rein rein da rein da rein da rein da rein da rein da bevor die mir den rücken schießen so ich habe da was gutes der kommandante hat einen santa blanca leuten angefangen genommen er holt informationen ist aus ihm heraus der kommandante sucht nach schwachpunkten des kartels wo ist dieser kerl jetzt in einem konvoi auf dem weg zum hauptquartier baumann wir haben das gewünschte foto von el kommandante ich schicke es rüber das kann man jetzt holen davon haben wir zwar sehr viel aber bewegung auf der straße nahrungs truck des kartels plus eskorte sieht nach versorgungskonvoi ziele fast zerstört ziele ist zerstört ziele ist zerstört ziele ist zerstört ziel 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 Der Report zeigt, dass es kein Gehirn für den Krieg. Die Rebellen werden sich entfernt. Ah, ich komm nicht so weit, verdammt. Die Drohne geht nicht weit genug. Andererseits kann ich die Mission eigentlich schon starten. Er fährt ja eh hier vorbei. Er kommt von da und fährt da schön vorbei. Was heißt hier wenn? Ich habe gesehen, wie du die ganze Zeit gespielt hast. Deswegen heißt das wenn. Sven. Heißt da Sven? Wer heißt da Sven? Da ist noch ein Tracer. Da ist irgendwie noch ein Tracer in der Luft hier. Ich will mir den mal von nahem angucken. Damit könnte man eigentlich wunderbar cheaten. Muss hier mal um die Ecken gucken. Kannst gucken wer da kommt. Gucken wie es da so aussieht. Wow, das war schnell. Ich sehe die halt nicht. Dank diesem Tracer sehe ich da auch nichts. Oh ja.